guten morgen wir haben es jetzt kurz vor acht und ja ich bin schon fertig gemacht weil ich muss mich jetzt darum kümmern dass unser auto von der straße runter auf einen parkplatz kommt der nur neun euro kosten weil an der straße und wir ja 30 euro mal mindestens zahlt nein habe ich keine lust drauf deshalb gehen wir jetzt gleich mal runter angie ist gerade im bad duschen da können wir eigentlich mal schauen gehen nee spaß ich gehe mal runter gut ich stehe im parkhaus kostet jetzt 11 euro dann für 24 stunden was aber nicht dramatisch ist weil wir brauchen nur 24 stunden morgen können wir nämlich wieder rausfahren und uns an die straße stellen da kostet es nämlich auf der straße nichts sehr praktisch gut das hätten wir jetzt gehen wir frühstücken und dann geht sie in die stadt guten morgen sie ist auch da aus straßburg aus unserem wahnsinnig wahnsinnigen luxuriösen zimmer sehr pragmatisch gehalten ja das war auch ein schnäppchen muss man sagen es war ein mega mega schnäppchen was wir hier geschossen haben und ja dementsprechend ja ihr könnt vielleicht sehen so hinter uns gehen wir auseinander die tür also eigentlich ist da oben an der küchenzeile noch eine tür die ist uns gestern schon entgegen gefallen die habe ich jetzt abgehängt und einfach zur seite gestellt damit hier im urlaub niemand noch erschlagen wird von uns jetzt waren wir gerade noch reichhaltig frühstücken so mit allem was dazugehört also pfangenkuchen waffen bananen äpfel mandarinen frischen eiern als spiegelei als rührei nein das sei ja benedikt ja das hatten wir alles nicht das hatten wir nicht wir hatten ein sehr reduziertes frühstück aber hey ich will mich jetzt gar nicht beschweren das frühstück kostet die auch nur ein apel und ein ei aber es gibt kein apel und es gibt nicht mal ein apel und ein ei aber wir hatten crossfonds wir hatten frische crossfonds die liegen mir jetzt ein bisschen im magen muss sagen die waren so schwer wir wollen gar nicht lange rum aber egal ist egal wir sind jetzt erst mal satt und haben kaffee und orangensaft und alles gehabt und wir werden jetzt in unseren ultra langen tag aufbrechen ja oha ich bin gespannt was wir heute abend auf der kilometer liste stehen haben nachdem wir gestern schon 13 kilometer gelaufen sind wir werden sehen wir sind angekommen in der innenstadt wir haben uns gerade erst mal tickets für die boots fahren besorgt genau in drei stunden ist es dann soweit da stehen leute an das ist unglaublich wir wollten aber auch ein offenes es gibt hier geschlossene klimatisierte boote aber wir wollten natürlich ein offenes weil sieht man ja sonst auch nichts sonst blöd guckt man die ganze zeit durch so eine scheibe bei dem kleinen wetter ja und ich musste mir eine mütze kaufen ja weil mir brennt die sonne aufs dach und jetzt habe ich die wahrscheinlich schönste mit ganz frankreich mir gekauft die war schöner als alle anderen die da waren das stimmt allerdings so gut dann würde ich sagen wir gehen jetzt nach klein frankreich mit klein paris mit sicherheit das schönste viertel hier und deshalb gehen wir da hinten Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind wir hier schön durchgeschlendert durch Straßburg und jetzt sind wir hier wieder angekommen in Little France Petit France Little darf man hier nicht sagen, ne? Egal Wir hatten gerade auf einer Parkbank ein traditionell französisches Mittagessen Das war auch gut, ja Baguette, Salami, Käse, es fehlte uns nur der Rotwein, den habe ich zu Hause im Zimmer gelassen Den wollte ich jetzt nicht mitschleppen Aber das war jetzt sehr, sehr gut, muss ich sagen Weil wir werden dann lieber später was essen gehen Und hatten ja auch was gefrühstückt Aber es ist einfach nur schön Ich meine, wir waren ja gestern Abend schon hier Aber hier dieses Viertel, das ist echt mein Lieblingsviertel Kann ich jetzt schon sagen Wirklich, wirklich schön und auch viel, viel voller als gestern Aber heute haben wir auch alle Geschäfte nochmal auf Es ist der Samstag vor Ostern Und naja, da werden nochmal die ein oder andere Erledigung wahrscheinlich hier gemacht Und noch ein bisschen was eingekauft Aber gut, ich nehme an 80% sind Touristen Mindestens Die hier sind So wie wir Mindestens, so wie wir, genau Und noch ein bisschen was wir Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war jetzt unsere Bootsfahrt, die war lang, sie war sehr schön, aber die Sonne brutzelt heute runter, ich bin gespannt, ich war jetzt froh, dass es zu Ende war, zum Schluss, weil es war jetzt echt, mein Rücken ist total nass, mein Hintern ist nass, also von den Dingern. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen in unser Hotel und werden da Mittagspause machen, damit wir nachher nochmal fit sind. Siesta einlegen und später wieder kommen, weil gegen Abend ist hier auch sehr viel Schönes dabei. Sehr viel Schönes, das schauen wir uns dann an. Auf geht's in Runde 2. Ja, wir waren ein bisschen müde, aber wir haben uns jetzt wieder aufgerappelt. Ja. Wir haben ein mega super Kochfeld in unserer Wohneinheit, also das war jetzt das allererste Mal, dass ich Spaghetti nicht gekocht, sondern habe gar ziehen lassen, weil dieses Wasser wollte einfach nicht kochen. Was war da los? Fuck, ja. Ja, aber jetzt geht's zurück in die Stadt. Genau. Abendsonne. Ihr wisst Bescheid. Abendsonne. Wir haben es noch rechtzeitig geschafft jetzt bei passender Beleuchtung in die Stadt. Das liegt an meinem strammen Schritt, den ich an den Tag lege. Stramm ist gut, der rennt immer, wir sind immer hier wie auf der Flucht, wenn wir unterwegs sind. So ein Stechschritt drauf, der Herr Schneider. Na gut, wir sind jetzt da und jetzt drehen wir mal ein Abendröntchen. Ein Abendröntchen, wie schön, wie schön. Ja. 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 gestern haben wir hier hinter uns in dem restaurant gegessen da war es aber schon so dunkel ich habe noch nichts mehr gesehen jetzt sieht man hier auch was wo wir waren ja es direkt hier quasi am schiffshebewerk also es ist eine kleine schleuse ein hebewerk eigentlich nur eine schleuse sind wir vorhin auch durchgefahren mit unserem eigenen schiffchen genau allerdings ohne da ja es war sehr sehr heiß habe ich ja schon gesagt freuen und ja wir drehen jetzt weiter unsere runde die sonne ist leider schon ein bisschen weg wir waren ein bisschen spät was wahrscheinlich an diesen nudeln lagen vor scheinheit aber egal wir drehen unsere runde trotzdem weiter ja wir sitzen auf dieser schönen bank und lehnen uns hier zurück weil wir gedacht haben jetzt sagen wir noch was schönes hinter diesen schönen blumen und ja beinahe werden wir abgestürmt bracht hier diese rückenlehne bei uns hier total zusammen das war jetzt lustig das ist nicht am wasser aber besonders für die umstehenden leute war es lustig sehr sehr ja aber mein gott langsam wird es mir kalt warum habe ich kein jäckchen mitgenommen so wie meine kluge frau dir wird kalt jetzt im ernst ich wollte gerade sagen ist doch noch gar nicht kalt ist mich schon wieder tut schon wieder man lasst uns jetzt noch mal zu diesem st thomas platz gehen wo dieses fest war ach du willst noch ein flammkuchen vielleicht noch ein wir trinken oder so mal gucken leider pech gehabt flammkuchen ist aus weil das fest nämlich quasi aus käse wird eingepackt nougat wird eingemacht alles wird eingepackt vielleicht darf ich noch mal eine runde karussell fahren vielleicht aber Amen. So, da sind wir wieder. Angekommen an unserem Hotel, der Ausgangspunkt und unser Endpunkt für diesen Vlog. Wir sind kaputt, aber glücklich. Ja, und ich hoffe, euch gefällt es genauso gut, wie es uns eigentlich gefallen hat. Es war ein sehr, sehr schönes Wochenende. Auf jeden Fall sehr schöne Eindrücke sammeln können. Und wir haben auch wieder so viel übereinander gelernt. Das war so lustig. Aber das jetzt auszuführen würde zu sehr ins Detail gehen, auch wenn ich genau weiß, dass ihr genau das wissen wollen würdet. Aber nein. Gut, wir gehen jetzt rein und machen uns ins Bett. Schuhe aus, noch mal ein bisschen Film gucken oder irgendwas. Aber jetzt slow-mo. Slow-mo, genau. Also dann, wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.